Du liest Jugendbücher? Oder Fantasy? Oder Gott bewahre, Jugendfantasy? Glückwunsch, dann gehörst du zu der Gruppe, die praktisch das Leser-Equivalent vom RTL-Zuschauer ist. Okay, ich gebe zu, das war ziemlich gemeint von mir. Ich zähle mich ja selber zu der Gruppe, die im Buchladen hauptsächlich vor dem Jugendbuchregal oder dem Fantasyregal anzutreffen ist. Aber tatsächlich ist es doch irgendwie so, dass wir nicht ernst genommen werden. Wann ist denn Literatur so elitär geworden? Zur Erklärung, eine kleine Anekdote. Ich habe letztens an einer Schreibwerkstatt teilgenommen, die von einem Autor geleitet wurde. Und zum Schluss sollten wir alle selbst verfasste Texte vorlesen. Und ich habe gewählt einen Ausschnitt aus meiner Kurzgeschichte, die eine Dystopie ist. Und im Anschluss sollte der Autor jedem ein Feedback geben und sagen, was verbessert werden kann oder auch nicht. Und ich werde jetzt nicht zitieren, was er gesagt hat, aber anhand seiner Wortwahl und seiner Betonung werde ich sinngemäß wiedergeben, was er gesagt hat. Und ich muss sagen, das hat mich im ersten Augenblick total erschreckt. Und im zweiten Augenblick hat mich das wirklich wütend gemacht. Denn er meinte, ach Fantasy, da kenne ich mich ja nicht so aus. Weil ich meine, wozu sollte man sich die Mühe machen und sich in eine fremde Welt einfinden? Das hat ja gar nichts mit unserer zu tun. Deshalb zunächst mal, Dystopie ist nicht gleich Fantasy. Selbst Fantasy ist nicht gleich Fantasy. In dem, was ich euch jetzt erzählen werde, werde ich so Fantasy als Begriff unglaublich weit gefasst nehmen. Dazu zählt dann Urban Fantasy, High Fantasy, sonstige Fantasy, Science Fiction und auch Dystopien werde ich dazu zählen. Ja, aber das ist ja gar nicht der Punkt hier. Denn es ist einfach so, dass meiner Meinung nach dieser Autor etwas ganz Grundsätzliches nicht verstanden hat. Und ich finde, das ist gerade für einen Autor irgendwie unheimlich traurig. Das versteht mich jetzt auch nicht falsch. Ich finde, man muss nicht jedes Genre mögen. Man muss nicht jedes Genre lesen. Ich selber lese ja zum Beispiel auch nicht gerne Chiclet. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach um diese Ignoranz, die dahinter steckt. Denn meiner Meinung nach ist Ignoranz meist nicht weit entfernt von Arroganz. Denn es sieht auch so aus. Natürlich sind unheimlich viele Bücher aus dem Bereich Fantasy in erster Linie hauptsächlich zur Unterhaltung geschrieben. Die zehntausendste Liebesgeschichte zwischen irgendwie zwei Leuten, die sich gar nicht ineinander verlieben dürfen, die bringt mich auch nicht weiter. Natürlich nicht. Aber das gibt es in jedem Genre, so etwas. Bücher, die nur zur Unterhaltung sind. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Und das ist auch nicht mein Knackpunkt hier. Der Knackpunkt ist nämlich, dass gerade im Bereich Fantasy und Jugendbuch Probleme unseres Alltags, unserer Normen, unserer Gesellschaft richtig schön zerpflückt und auseinandergenommen werden können. Und das alles meist weniger aufdringlich als in anderen Büchern. Man nehme zum Beispiel Skint von Robin Wassermann. Das Buch beleuchtet meiner Meinung nach auf einzigartige Weise die Frage danach, was einen Menschen überhaupt ausmacht. Und ist zudem noch unterhaltend. Oder zum Beispiel auch die Tribute von Panem. Was wirklich dazu anregt, über menschliche Grausamkeit nachzudenken. Zugleich aber auch den Aspekt der Hoffnung, die Wichtigkeit der Hoffnung beleuchtet. Und außerdem auch noch das kostbare Gut der Freiheit irgendwie in den Vordergrund rückt. Und das alles ist in Jugendbüchern und Fantasybüchern nun mal unter einer unterhaltenen Hülle verpackt. Aber es ist da. Das kann man nicht abstreiten. Man könnte ja, wenn man möchte, sogar aus den Twilight-Büchern noch einen tieferen Sinn herausziehen. Und genau deshalb bin ich auch immer so wütend, wenn wir als Jugendbuch und Fantasyleser belächelt werden. Dann hört man sowas wie Kinderkram oder Sinnlos oder... Naja, ist ja ganz nett. Und wir wissen ja alle, nett ist der kleine Bruder von... Ich schweife ab. Jedenfalls geht das Desaster ja auch schon weiter, wenn man sich die ganzen Homepages der großen deutschen Zeitungen anguckt. Sind das jetzt FATS, Welt, Spiegel, was hatte ich noch nachgeguckt, Fokus und Zeit. Wenn man dort auf Literatur klickt, dann sag ich mal zu 90 Prozent kommen einem dann kleine Vorschaubildchen entgegen von alten Männern, die irgendwelche hochkomplizierten, pädagogisch wertvollen oder politisch anspruchsvollen diskutierende Bücher verfasst haben. Diskutierende Bücher verfasst haben. Das war jetzt kein Deutsch, aber ihr versteht, was ich meine. Oh mein Gott, ich erfülle das Klischee des Fantasylesers. Jedenfalls, man findet dort sehr selten Bücher aus dem Bereich Jugendbuch und Fantasy, die dort besprochen werden. Wenn, dann sind das meistens diese Bücher, die allgemein einen riesen Hype ausgelöst haben, wie eben Harry Potter, Panem, Twilight und so weiter. Aber zu einem ganz normalen Fantasy-Jugendbuch findet man dort wirklich sehr, 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 sehr selten bis eigentlich nie etwas. Sind wir einfach die falsche Zielgruppe für diese Zeitung? Ich behaupte nein, denn ich bin jetzt in einem Alter, wo ich gerne mal in die Zeitung schaue und das auch regelmäßig mache. Und ich kenne auch viele andere Fantasy- und Jugendbuchleser, die vielleicht sogar noch älter sind als ich und die lesen auch alle Zeitungen. Also daran kann es nicht liegen. Und das heißt für mich in letzter Konsequenz, es läuft wieder darauf hinaus, dass wir nicht ernst genommen werden. Wir sind eben tatsächlich die RTL-Zuschauer der Literaturwelt. Von daher finde ich, ist es auch kein Wunder, dass seit Jahren die privaten Literaturblogs im Internet boomen. Es gibt immer mehr Leute, die ihre Lieblingsbücher vorstellen. Und ich muss dazu sagen, da sind wir viel weniger elitär als die großen deutschen Zeitungen, denn ich kenne Literaturblogger zu allen Genres. Jugendbuch, Fantasy, Thriller, Sachbuch, alles. Umso lustiger finde ich es, dass die richtigen, gelernten Journalisten und Literaturkritiker sich von uns irgendwie angegriffen fühlen. Als Beispiel wäre da ja dieser herrliche Artikel in der FAZ vom letzten Jahr, glaube ich, ist der, der für den Autor meiner Meinung nach an Peinlichkeit nicht zu übertreffen war. Psst, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich setze den Link nochmal unten in die Infobox. Und ich verstehe auch gar nicht das Theater da drum, denn das ist doch, um es mal in ihrer Sprache auszudrücken, Angebot und Nachfrage, liebe Journalisten, ein einfaches Gesetz der Marktwirtschaft. Wenn ihr nicht darüber schreiben wollt, was uns interessiert, dann schreiben wir eben selber drüber. Das muss ja nicht jeder gut finden, das muss auch nicht jeder beljubeln, aber es ist auch nicht schlecht, dass es stattfindet, im Gegenteil. Daher mein Vorschlag an euch, liebe Journalisten und Literaturkritiker da draußen, wenn ihr weiterhin die Elite in unserem Land sein wollt, die das einzige, alleinige Vorrecht darauf haben, Bücher zu besprechen, dann besprecht doch auch bitte Bücher aus allen Genres und ignoriert nicht ein ganzes Gebiet wie die Fantasy oder das Jugendbuch-Genre oder Jugend-Fantasy. Jeder sollte lesen, was er will und wie er will. Und dafür krumm angeguckt werden muss niemand, das ist einfach nur lächerlich. Meint ihr denn etwa ernsthaft, dass die Fantasy-Bücher die Druckerschwärzen nicht wert sind, mit der sie gedruckt werden? Leute, sagt doch mal, was ihr davon haltet. Ist euch auch schon mal passiert, dass ihr komisch angeguckt wurdet, weil ihr gesagt habt, ihr lest Fantasy oder ihr lest Jugendbücher? Finden vielleicht eure Eltern, eure Freunde oder sonst irgendwer? Ihr seid zu alt dafür. Oder kennt ihr jemanden, der sagt, dass das sinnlos ist, das ganze Genre? Ich lese es auf jeden Fall weiterhin gerne. Ich habe da Spaß dran. Und ich finde auch, dass es nicht sinnlos ist und dass es sehr wohl einen Bezug zu unserer Welt hat. Von daher verziehe ich mich mal jetzt mit meinem neuen Buch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, ich habe rote Haare. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich freue mich natürlich über eine Bewertung des Videos, wenn es euch gefallen hat. Und es wäre toll, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt. Vielleicht kriegen wir mal eine richtige Diskussion hier zustande. Ansonsten ist für die, die es noch nicht gesehen haben, irgendwo hier mein letztes Video verlinkt und irgendwo da drunter mein letzter Vlog. Und für die restliche Zeit lasse ich euch einfach nochmal ein paar Outtakes abspielen. Und für die restliche Zeit lasse ich euch einfach mal ein paar Mal. Ganz viel Fan-Musik.